Am 27. Dezember wird sie 102. Zensi Glatt, die Meraner Hotelpionierin, Malerin, Wohltäterin. Das Letzte ist, dass ich zu meinem Mann und zu meiner verstorbenen Tochter gehe und sage, ich habe sie so schön, ich habe sie schon hinter euch. Und die muss erst warten. Aber es ist so schön da, lasst mich noch ein bisschen da. Zensi Glatt vom Glück des langen Lebens. Montag, 20.20 Uhr, Reise Tirol.